Ganz schön durstig. Könnt ihr mir jetzt mal jemand ein Bier bringen? Ich stehe hier und tricke ein Bier und werde auch gern so gern bei dir. Große Sehnen, großes Hoffen kann ich kommen, bin besoffen. Aber es gibt ja so viele Fragen zum Bier. Warum kann ein Erzthaller keine Cola und kein Bier trinken, weil er sonst kollabiert? Und warum haben Männer einen Bierbauch, damit der Zwerg ein Dach über dem Kopf hat? Nun könnte auch endlich mal ein schönes, appetitliches Raubgericht aufgetragen werden. So was Modernes wie Tofuschnitzel, Kichererbsenbratenwurst, da passt unser nächster Dank dazu. Hätte ich mal lieber Nein gesagt. Du solltest nicht alleine in der Party gehen. Du sagst nicht, ich soll deine Wünsche an, du solltest nicht, ich sollte nicht, und wir wünschen, dass wir beide alle sind, du solltest nicht, bitte, ich konnte halt um ihn, in jederlei, so was in den Augen sehen, du solltest nicht, ich sollte nicht, ich sollte nicht, ich sollte nicht, ich sollte nicht sein, du solltest nicht sein. Warum hast du nicht eingesagt, es lag allein an mir, mit keinem Lauf und fass nichts an, doch der wird dich nicht versühen, warum hast du nicht eingesagt, ich sollte nicht, ich sollte nicht sein, ich sollte nicht sein, ich sollte nicht, du solltest nicht, und wir würden affirmative lesen, sondern ich sollte nicht, wir sollten nicht museen, wenn wir uns ausgeht, ist alles gut, ich sollte nicht, ich sollte nicht, du solltest nicht, und ich will keinen€, Marik! Hälte mich! Ja, fest! Immer fest! Hälte mich mal so! Eich mal rüber! Woolle! Naernitete! Nice toørre! Fusandr! Fusandr! oloCo... Leute, wie hat man eigentlich eine Chug in der Plankine? Dumm gelaufen! War das jetzt mit dem Mikro? Für ein gutes Essen, was wir ja gerne essen, muss man natürlich auch gute Lebensmittel einkaufen. Schon einmal gezeigt in unserem LKC-Megastroos Freitag an 4 Jahren! Ich bin im Kugel am Spargen, ich in Hessen am Abend ohne Fikanelle, sonst kriegst du ne Schelle Ich noch mal zum Atmentäter und aus Sackentäter mit Tagesspäter, alles wird aus Tag gemacht Tag, sag mal drunnen Tag, ich hab noch ein Schlafen bei dir Guten Tag! Hallo, ihr Bräuch! Hallo, du bist gut! Wieso guckst du noch? Ich hätte gern Stierhunden! Ich auch! Haben sie auch Eier? Haben sie auch Eier? Das sind ne Fleischerei, ich hab da keine Eier! Ha! Endlich mal Eier, der es zugeht! Frische Wienerwaschen! Niener? Oder was? Will ich dir noch ehrlich sagen? Weisst du was? Dann hätte ich gern 250 Gramm Leberwurst! Aber wenn es von der groben Pferde nicht! Ha! Die groben Pferde hat Brotschuhe! Die ist halt gar nicht da! Aber! Weisst du überhaupt, was der Fleischhaut seiner Frau in der Hotzeitsnacht sagt? Willst du was in die Büchse oder was im Darm auch? Ha! Ha! Hab ich keinen mehr ausgestellt! Warte mal, ich komm mal gucken! Danke! Müsste noch was da sein von meinen leckeren Kachschenken! Ich glaube, der ist wirklich aus! Aber ich kann dir nur anbieten, Wienerwürschchen, Puppwürschchen, Weißwürschchen zum Tütschen! Ich hab ein gutes Gefühl! Ich hab ein gutes Gefühl! Das schreibt mich! Ja, das war ein richtig! Mit Schmorde! Ich würde die Mühe schreibe! Und jetzt ist das super! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.